Jetzt wird der Rundfunkbeitrag aus dem Fenster geschwissen Alle anderen Gaming-Shows kriegen's nicht geschissen Eyo Fodo, komm her, wir wollen wann heute dissen Nerdscope am Start, Zeit, die News wegzufisten Giga? Wie geht's noch? Was läuft denn in dem Drecks noch? Moderator, nix da, Clickbait-Titel? Geht's noch? Und keiner weiß, wer wen Minute gehört Mit dem Ausverkauf habt ihr euch quasi selbst zerstört Reload, was los? Habt ihr F5 nicht gefunden? Oder ein Schuss nicht gehört? Wohin seid ihr verschwunden? Wir haben nachgeladen Damit mit mit euch Schluss ist, dann waren wir auf 1 Plus Wo auch immer 1 Plus ist Game 1, 2, 3, into the foe Rob, Foo und Foto, komm und showen euch die Dior Vor der Cam sitzt nur so'n Praktikanten-Rudi Wir wollen Eduard Laserbombe auf, jetzt schmaut auf diesen Bully Ist so ein Kommentar von Endpunkt-Earthscope Rocket Beans, wir lieben euch voll Punkt, 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 Punkt Nichts Ten Lady Nerds Go! Wir sind die Öffentlich-Rechtlichen Heftig, Gemächtig und offensichtlich durchnächtlichen Rächer der Geknächteten, Entflechter des Verflächtersten Schlechtesten Reinschemas ever Ten Lady Nerds Go! Wir sind die Zungen zerbrechendsten Kräftig, deftig, kurzig und vor allem die Bestesten Krassen Anzuträger des gesamten Panetensten Reime so gut nicht von diesem Panetensten Kинки 2 3 4 4 Untertitelung des ZDF, 2020